Von der Wiedner Alm zum Scherzberg Übergang zwischen den Vorstraßennetzen Bei der zweiten Gabelung links hinauf Anstieg beim knorrigen Hochstand Auch bei der dritten Gabelung Bei den Felsen links weiter Schnellung Die Straße macht nun einen Linksknick Richtung Scherzberg, am Scherzberg. Die Straße macht nun einen Scherzberg, am Scherzberg. Die Straße macht nun einen Scherzberg, am Scherzberg. Die Straße macht nun einen Scherzberg. An den Hängen des Ofnerkogels entlang und auf dem Planckogel. Die Straße macht nun einen Scherzberg. 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 Einstieg in den Pfad auf den Planckogel. Die Straße macht nun einen Scherzberg. 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 Scherzberg. Die Straße macht nun einen Scherzberg. Die Straße macht nun einen Scherzberg. Und die Straße macht nun einen Scherzberg. Das ist richtig ver frogs. Nach der Querung der Autostraße den Rodelbahnweg vom Gaberl nehmen. Beim Holzzaun vom Weg abzweigen und hinauf zur Straße. Das war's. Das war's. Das war's. Der Karrenweg geht 30 Meter vor der Straße in einem Pfad über. Das war's. 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 Vielen Dank. Nur ein Kilometer Straße trennen uns jetzt von der Wiedner Alm.